Hallo Freunde, hier ist euer Bruce Hunter und es geht wieder weiter mit Mario Bros, der Lost Levels. Ja, und diesen Titel haben sie zu Recht verdient. Man hätte sie wirklich nicht gebraucht. Ja, und es geht Agro weiter. Wir schwimmen um unser armes Klöntnerleben. Und wir sterben, jämmerlich. Achja, ähm, weil der erste Teil von Lost Levels heute mit, also, entschuldigung, erster Teil, meine ich, ähm, wurde gestern aufgenommen. Und meine ganze Freude wegen Wondermark 3, den ich bei fast jedem Anfang erwähnt habe, habe ich leider bei Lost Levels durch meine allgemeine Dünnheit den Namen falsch ausgesprochen. Ach, es tut mir leid. Aus Wondermark 3 machte ich einen Powermark 3. Wondermark 3. Nicht Powermark 3. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ach, aber die Lost Levels, die beeinflussen mich in dieser Richtung leicht negativ. Und ich schwimme als Klempner, bierbräuchiger, fetter Klempner aus Italien und mein armes, jämmerliches Leben in diesem Kack-Löffel hier. Und ich kann zwar nicht glauben, dass das Welt 3 ist. Das könnten Wasserlevel aus Welt 7 sein. So rein vom, äh, Schwierigkeitsgrad. Kommt. Ja. Ist nur gut, dass mir hier nicht die Luft ausgehen kann. Ah, Vollgas! Scheiße auf die Münzen! Hauptsache, das Level ist zu Ende. Schön, ich komme jetzt so ein Viecher aus der Luft, oder? Nicht einmal! Und ich bekomme ein Feuerwerk! Was? Okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ihr kranken Hirne! Ach so, die, die, die laufen dumm weiter. Ist schon in Ordnung, ja? Mit mir kann man es ja machen. Da kommt bestimmt was raus, oder? Ja, genau. Wenn ich springe, kommt das hier raus. Ist in Ordnung. Hab euch lieb! Okay. Ja, nee. Das war jetzt... ...total logisch. Ach ja. Das Lachen ist nicht aus Freude, sondern aus Verzweiflung. Ja. Mein Gott! Ach, ihr habt ne Möcke! Ja. Sind okay. Ja, aber Schnee kann man jetzt zum Tag mit 100.000 Schildkröten, oder? Ist mir auch komplett egal. Ja. 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 Yes. Bei uns hat´s heute geschneit. Ist auch Gott sei Dank nichts liegen geblieben. Ach,verdammt, weil wir hier unten durch démiffeln. Wie jetzt? Also unten, nicht oben. Dankeschön. Wieder unten. Tolles Schloss. Also unten. Oben. Oh mein Gott. Und Mitte und oben? Ach, ich nehme oben. Ach, verdammt. Also nochmal. Unten. Oben. Mitte. Ah, wie jetzt? Was zu... Was willst du von mir? Dass ich sterbe, das kannst du... Was ist das alles? Euro. So. Wieder hoch. Und runter. Und rein in die Röhre. Auch nicht. Ach, ihr seid doch krank. Können wir hören? Also. Und unten. Ich nehme einen schweren Weg. Das wird der untere sein. Fickt euch. Ich liebe meine Versprecher. Hab euch lieb. Ja, continue. Sonst wird ja das Let's Play hier nichts. Ah, Let's Play. Ich liebe meine Versprecher. Also wie war das jetzt? Unten durch, oder? Dichtig. Mehr Konzentration, Thunder. Oder Blue. Ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt. Ihr könnt mich auch Bernie nennen. Ach, diesen Namen höre ich auch. Oh, aber sagt es lieber nicht weiter. Unten? Ich sag einfach unten. Ach, ja. Okay. Also. Stirn. Das kann nicht sein. Die Lost Levels haben eine Schwierigkeitsgrad von, von weiß der Teufel was. Ey, beim Mario Bros. 1 bis auf die letzte Welt bin ich doch so ziemlich durchgerascht. Ohne irgendwelche Probleme hier. Und jetzt da sterben. Auch nicht schlecht. Ey, ich schaff's nicht mal, dass ich auf einer Röhre stehen bleibe. Was ist denn heute los? Day of Fail, oder wat? Hing ich mir ein blaues Schleifchen hinrei, wo Thunder draufsteht. Wo ist der Welt fail-Tag? Das war jetzt Absicht. Sag ich's einfach mal. Pah. Passgefühle auf das Level und auf die Entwickler. So. Warten. Sprüngen. Na, komm schon raus, du Missvieh. Also da muss ich irgendwie rauf. Rauf wäre jetzt... Gibt's doch kein... Ah ja. Sieh an. Ich würde mal sagen, oben, ne? Weil hier der Meister Mist ist. Ach du Scheiße. Ach ja. Und hier ist das Oberarschloch. Hi und Bye. Okay, ich bin wieder ausgetackt. Und nur wegen so bekloppten Pilzen. Lucky two level. Mmm. Ich glaube, ich hole jetzt gleich den neuen Hammer, dass ich hier was über den Haufen schlagen kann. Genau. Das Leben ist eh schon schwer genug. Da braucht es nicht noch Lucky two. Mein Aggressionsbarometer übersteigt momentan die Haushaltskonjunktur Klage Deutschlands. What the hell? Irgendwie war ich jetzt auf dem Gedanken, Mario könnte schwimmen. Aber nein. Der muss sterben. Ja, nee. Ist klar. Schmeiß noch einen in die Runde. Boah. Das war wirklich Stuss. Ja, was? Hallo? Es gibt ja kein Waschbärschwanz oder Feder für Cape. What the hell? Was willst du von mir? Ich kann es mir vorstellen, dass ich da entlangmach, draufspringe und hoffentlich nicht den Slow-Mo-Sprung mache. Okay. Okay. Oder funktioniert hier so eine Kackröhre, wenn hier so ein Vieh rauskommt? Gib mir einen Flammenwerfer. So, Sander, geh jetzt nicht runter. Warum werde ich überhaupt groß, wenn ich eh gleich wieder sterbe? Ruhig, Sander. Ganz ruhig. Niemand findet ja was Böses. Nur diese bösen, bösen japanischen Programmierer. Wow. Jetzt möchte ich Ruhig.